Hallo, mein Name ist Sarah und das ist Igor. Wir sind im ersten Lehrjahr im KV bei IGP Powder Coatings. Heute geben wir dir einen Einblick in unseren Berufen. Komm mit! Am Empfang nehmen wir Telefonanwäsche entgegen und leiten sie an die richtige Person im Unternehmen weiter. Ausserdem begrüssen wir die Besucher der IGP und melden sie bei der zuständigen Person an. Im Export nehmen wir die Pulverbestellungen unserer weltweit verteilten Filiale auf. In dieser Abteilung habe ich regelmässige internationalen Kundenkontakte und kann meine Fremdsprachenkenntnisse einsetzen. IGP Powder Coatings, Kielholz, How can I help you? Der Zusammenhalt unter den Lernenden ist gross. So treffen wir uns gerne für gemeinsame Pausen, zum Mittagessen oder zum Lernen. Im Verkauf gehen wir den Wunsch von unseren Kunden an. Wir bearbeiten die Bestellungen und beraten sie am Telefon oder per E-Mail. Ausserdem versenden wir Farbmuster. Somit haben die Kunden die Möglichkeit, das Produkt anzuschauen, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Als Kaufmann bei der IGP haben wir sehr vielfältige Ausbildungen und erhalten Einblicke in die verschiedensten Bereiche. Haben wir die Neugierung gemacht? Dann bewirb dich heute noch für eine Schnupperlehr oder Lehrstelle bei uns. Wir freuen uns auf dich!